In Massen kommen die Zuschauer 1946 auf den Ruhestein im Schwarzwald. Der erste Motorsport-Event der Nachkriegszeit findet in Bayersbronn statt. Das Ruhestein-Bergrennen für Motorräder und Sportwagen lockt 30.000 motorsportbegeisterte Zuschauer an. Die Helden auf BMW, Bugatti, Maserati, Morgan und MG werden bejubelt. Hermann Lang siegt auf dem BMW Millimilia-Fahrzeug von 1940. 2014 starten in Bayersbronn. Vor großer Zuschauerkulisse 118 Teams mit außergewöhnlichen automobilen Klassikern von 1919 bis 1975 zu einer dreitägigen historischen Rallye in Erinnerung an das Ruhestein-Bergrennen. Die Begeisterung der Zuschauer trägt das rollende Automuseum durch den Schwarzwald bis hinunter in die Weinregion der Ortenau. Die Begeisterung der Zuschauer trägt das rollende Automobil. In der Schleuer trägt aus der Schleuhe in Erinnerung an der Ring-Grennen. Die Begeisterung des Wörterer und die Begeisterung des Wörteren-Bergrennen. Überall bereitet man den Teams mit ihren faszinierenden historischen Fahrzeugen einen herzlichen Empfang. In die Streckenführung eingebaut sind historische Orte wie das malerische Wollfach. Im ausgetüftelten Roadbook sind die insgesamt 483 kurvenreichen Kilometer mit sogenannten Chinesenzeichen genau beschrieben. Dazu kommen 20 Wertungsprüfungen mit Sollzeiten, die möglichst auf eine hundertstel Sekunde genau zu absolvieren sind. Zum Finale der Bayersbronn-Klassik mit einem großartigen An-und-dazumal-Fest in Obertal kamen tausende begeisterte Zuschauer. Der Originalschauplatz des Ruhestein-Bergrennens von 1946 bot eine besondere sportliche Herausforderung. Den Estol-Ruhestein-Bergpreis, einer 7,3 Kilometer langen Gleichmäßigkeitsprüfung, bei der, wie bei allen WPs, nur mechanische Uhren verwendet werden durften. Nach den Automobilen stürmten historische Motorräder von AJS bis Zündab den Ruhestein. Den kulinarischen Höhepunkt erleben die Teilnehmer dann beim Abschlussabend mit einem fulminanten Gala-Denet der international gefeierten Bayersbronner Häuser, Hotel Barreis, Hotel Engel-Obertal, Romantik-Hotel Sackmann und Hotel Traube Tonbach. Auf Wiedersehen vom 24. bis 27. September bei der Bayersbronn Classic 2015.